Heute gibt es ein Buch zu verlosen, das Dram gerade geküsst hat. Also Dram hat das Buch geküsst, nicht das Buch ihn. Also kein Missverständnis hier. Jetzt wollte ich gerade Rocketman groß schreiben, also das R von R. Wird trotzdem funktioniert. Meinst du? Na klar. Tatsächlich. Trotz ich Shift gedrückt habe. Ja, wir sind alle stolz auf unseren Papa. Lass das nur den Papa machen, der Papa macht das gut. Wenn ihr nicht wisst, wer der Papa ist, schaut den letzten Part an, wir verlinken ihn euch nicht. Den müsst ihr selber suchen. Richtig, weil wenn wir sagen, wir verlinken es, heißt es nicht, dass wir es auch machen. Richtig. Sag mal, das Lied mit dem Papa, hat das irgendwie eine tiefgründige Bedeutung oder ist das irgendwie... Woher kommt das? Kennst du Strumberg? Nee, wie heißt der? Strumberg? Ja. Vom Hören. Ja. Guck den an, der Film, dann weißt du was. Nach hinten singen gehen. Lass das nur den Papa machen, ich lass es mal kurz laufen. Das ist doch bestimmt GEMA geschützt. Das ist egal. Ich zahle die Rechte. Der hat so einen dicken Geldbeutel. Also Spezialkontrolle ab, auf. Spezialkontrolle rechts. Nichts. Kaut er dir ein Ohr ab, wie Tantboch. Was? Und redet er nur um Blankenstutz. Denn dann weiß der, wen du fragen musst. Lass das meine Papa machen. Never come after school. Schein. Bra! Das ist ja wie die Diabloform. Der Papa macht das gut. Oh. So, jetzt wisst ihr, woher das kommt. Auch nicht schlecht, oder? Mhm. Die GEMA haben wir trotzdem noch eins. Ich muss ja nachher mal den Pokémon Lavandia Song vorspielen, ob der GEMA geschützt ist. Das willst du einfach ausprobieren, bei dem Part. Nein. Das will ich nicht ausprobieren, bei dem Part. So, mal ganz ehrlich, wieso dreht sich der kackte Heli nicht? Wir drehen uns um den Heli, aber der Heli dreht sich nicht um uns. Gotter G Boch. Du musst was herausfinden, vor die Flugmission. Lass das mal den Papa machen. Lass daseli Papa machen. Lass daseli Papa machen. Lass daseli Papa machen. Theo Papa macht das gut. Wo ist Q und E? Lass eseli�� пример. Lass eseli. Lass daseli Capri oder linkselibare China macht. Das ist理院 Vertrau Number 2. sehen ja aber spezialkontrolle nach links hätte ich gedacht dass es das ist egal ist das ist ja normalerweise auch aber irgendwie ist da geht die andere meinung cool ja dann ist das doch ein bisschen buggy jetzt lässt sich das ding nämlich auch besser fliegen jetzt bin ich nämlich der pro du bist dann vorbei tatsächlich das bist du sonst nichts vorbei am pro ich bin halt oh das geht sogar mal was das was das was macht der papa macht das gut ja eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen kopf gleich speichern russi warum wir sagen also ja es stimmt Lass das mal den Prank, Mann! Bebe, macht das gut! Scheiße ist das geil. Haben wir schon wieder was fürs Best off. Richtig! Handgemacht das Best off. Also für das, dass ich so scheiße ist, haben wir ziemlich viel Spaß daran. Du musst es dir ja lustig machen. Hitler, was mit Hitler? Wo? Da. Von. Jetzt werden wir eh so GEMA geschützt gegen die GEMA verstoßen haben. Ich find's so geil. Ich mach's raus. Da lohnt sich ne GEMA verstoßung nicht wegen dem Scheiß. Das ist die Metal-Vorsion. Voll geil. Was ist hier als Unterweis? Wie das ne? Es war ein Parodin. Aber es geht weiter. Heil Hitler. Ja, das ist... Jetzt lasst ihr euch mal ein Hitler-Lied laufen. Ich find's so geil. Ne, das war das Falsche. Holocaust. Alter, was hörst du? Was läst du runter? Das sind Hitler-Remixes. Das ist geil. Du kennst doch den Film Der Untergang. Ja. Genau. Und da haben die ne Parodie gemacht. Da haben die irgendein berühmtes Lied genommen. Und dann haben sie die Synchro von dem Film genommen und haben daraus ne Parodie gemacht. Das ist doch auch von GTA, die Musik, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Ja. Doch klar. Hey! Der Background. Das klingt so wie bei GTA, ja? GTA-Titelmusik. Was? Titelmusik? Titelmusik. Titelmusik. Oh ne, zum... Wo müssen wir über? Zum Flug. Oh ne. Viel Spaß. Danke, Schatzilein. Shit. Was auch geil ist, ist ein Lord Voldemort-Remix. Das ist auch geil. Ich konzentriere dich. Halt, halt. Ich will das laufen lassen. Oh, Pokémon Dubstep-Remix. Das ist auch geil. Okay, das gibt auf jeden Fall das Stress mit der GEMA. Spätestens jetzt. Egal. Ich find's geil. Letzter Meter. Wir kommen da nicht hoch. Nimm mir Anlauf. Das reicht nicht. Doch. Tatsächlich. Wo ist jetzt dieser Flughafen? Komm, da müssen wir doch nicht hinfahren. Ja, wozu? Ich hab grad gedacht, du musst jetzt da gehen, aber da ist er gar nicht. Ne, muss ich nicht. Jetzt, jetzt kommt's. Das ist doch geil, oder? Sikachu. 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 Und jetzt stell dir mal vor, wenn du das komplett voll laut aufdrehst, auf meiner Anlage, wie geil das ist. Ich find's einfach nur geil. Da sieht man mal, was Pokémon Go anrichtet. Ich hab nach Remix gesucht, hab dutzende gefunden und find alle geil. Da gibt's sogar auch Lins... Einen von Linsley's... Wie heißt die? Lins... 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 Linsley... Linsley's Sterling. Genau. Die mit der Geige. Richtig. Ah, das ist schon älter, das Pokémon. Glaub ich. Oder? Ja. Das gab's ja schon länger. Das hab ich auch schon mal. Ich glaub, das ist es sogar. Will mal wissen, sicher. Them-Song müsste da dran stehen. Them-Song, ja. Ja, lass laufen. Ich glaub, das ist es. Nicht. Ich find's geil. Kaufe das Haus bitte. Muss ich. Musste ja. Willkaufen. Tab. Macht uns ja nix. Wirst du so Taschengeld eingefühen. Einmal hälst du hier an und schon könnten wir uns das Ding dreimal leisten. Natürlich, das war ja... Okay, also, Gamer, wir lieben dich, gell? Richtig. Oh, Silpsco-Remix. Der ist auch geil. Du könntest dir mal so eine Vorstellung von deinen geilsten Remixes. Aber hallo. Da fällt mir gerade auf, ich höre nur Remixes. Es kommt noch besser. Also, jetzt mach die Mische. Jetzt! Wir müssen auf einen Anruf warten, oder? Ne, S. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh, das ist Gamer-Bur? Halt Billy Idol ist auch? Scheiße. Aber das geht. Ja, okay, das ist unser Remix. Richtig. Ja, bla bla. Ich muss nachher noch mehr präsentieren. Du, 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 du. Das ist so geil. Okay, also. 70% brauchen wir. Das ist easy. Wo müssen wir da jetzt hin? Da hinten, oder? Du musst die Mission bestätigen. Ja, wir müssen da rein, oder? Ne. Ne. Na ja, am PC bestätigen, oder? Ah. Du Hund. Oh, das war jetzt gerade kritisch. Pokémon? Michael Jackson? Billy Idol? Das ist alles Gamer? Da hättest du richtig einen auf den Sack gekommen. Hä, wieso habe ich das jetzt abgebrochen? Wo bestätigt man überhaupt? Null. Die Enten-Eingabe. Ja, dann ist ja wieder Ende. Staub musst du null machen. Ist doch null. Mach mal die. Ich habe es gewusst, ich habe ihn hier getestet. Wie geht das? Um den Bug anzuheben. Oh. Nicht Bug. Ja, das geht nicht. Guck. Stürbt das Ding gleich ab, oder wie? Stürbt ab. Deine Oma stirbt ab. Oh, das war jetzt vielleicht schlecht. Scheiße, null. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen nur so hoch starten, ne? Wie ist das? Wir müssen... Nein? Das kriegst du jetzt hin. Damals war man ja inkompetent. Dann hat sich auch noch nichts geändert. Nein. Du musst mehr von der Landebahn mitbenutzen. Du darfst nicht so früh hochgehen. Eingabe, BN, neuer Versuch. Das ist doch blöd mit der Null. Du musst länger draufbleiben auf der Landebahn. Guck, jetzt geht's. Und nicht so schnell hoch. Ach, was? Du merkst doch, wie es abfuckt. Ich muss aber erst noch die Zwei drücken. Steht doch dran. Eingabe, BN, Null. Ich finde es einfach nur geil. So, jetzt aber. Ich bin jetzt noch nicht so schnell. Ich bin jetzt noch nicht so schnell. Ja? Ja? Oh! Das fliegt auch so scheiße, Mann. Ich bin weise. Du bist scheiße. Das ist mein Spruch, den lassen wir jetzt schützen. Ich schütze vorher. Das ist aber mein Spruch. Das kann ja niemand beweisen. Doch, Sweeney, ja. Das lösche ich. Ich habe es auch noch. Scheiße. Nein, ich kann das nicht. Ich bin halt eine Null. Du sagst, wenn ich abheben soll. Abheben. Was für ein Erdbeben. Was für ein Erdbeben. Souverän. Was ist souverän? Und jetzt? Links, 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 links. Viel weiter links. Machen wir mal sowas. Mal gucken, ob es geht. Yeah. Oh. Wo fliegst du hin? Das weiß ich nicht. Ich will doch das Rot, ey. Soll ich es mal probieren? Du musst auf jeden Fall die Pfeiltasten. Mit denen musst du lenken. So passiert ja nichts. Das ist mir schon klar. Irgendwas drückt doch mit Tastenkombination. Ist das gut? Pst. Noch? Nein! Weißt du, wieso ist das so schwierig? Okay. Mit Holz sind wir kompetenter. Hat das irgendwie. Ja. Wir sind halt spannender. Ich trinke heute Pepsin. Du bist Pepsin. Pepsis. Probier uns nochmal. Wird schon gut gehen. Du bist drin. Das hat nix gebracht. You try to be the very best. Das habe ich sauber ausgelöst bei dir. Nein! Nein, du hast ihn nicht. Ich habe gerade gedacht, du hast ihn. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber jetzt können wir an den hier machen. Und jetzt drehen. Jetzt drehen. Genau, ja. Alter! Nein! Zurück! Dann schaffst du nicht. Und jetzt drehen. Oh!